Oh, oh, einen wunderschönen Willkommen zum heutigen Abend, willkommen zum Themenabend, zum doch sehr schaurigen Themenabend am Sonntag, ein wirklich schauriger Sonntag. Darüber möchte ich mich nicht groß weiter auslassen. Wer mich kennt, der weiß, wie meine Haltung und meine Meinung dazu ist. Dazu auch, ich wollte das schon immer mal deaktivieren, das Ding. Na, nichtsdestotrotz, wir kommen zu Can't Revert. Hatte ich das nicht schon eingestellt alles? Ich habe doch die Language hier schon eingestellt. Ich war doch hier schon mal drin. Ich habe das alles eingestellt. Komischerweise, die vertikale Synchronisation ist drin. Na, nichtsdestotrotz. Wir spielen ein, zwei Spielchen heute Abend nicht ganz so lange, denn der Urlaub ist vorbei. Ich sage, es ist ein wirklich schrecklicher Sonntag. Und dementsprechend heißt es morgen früh raus. Ich habe gleich um sieben Terminen und ich möchte gerne mit dem Rad wieder zur Arbeit fahren. Dementsprechend heißt es früh raus. Und strappeln. Äh, wir starten mal das Spiel. Viel Spaß. Oh, und wir sind im Spiel. Okay, Entschuldigung. Das ist jetzt sofort, also ohne Intro, Vorspann. Okay. Ist zu. Ist das laut? Ja, wa? Warte mal, das stellen wir mal kurz hier ein. Unter Audio wahrscheinlich. Machen wir das mal so. Und machen die Background-Music so. Und die Effekte so. Oh, wir können das Spiel weiter... Das ist schlecht. Kann ich... Oder war es? Geht das nicht? Hat er das jetzt gespeichert? Ja. Okay. Okay, gut. Ich glaube, die Tür ist zu. Ist zu. Bevor ich das hier drücke, gehe ich hier hinten lang. Okay. Ich glaube... Die Tür ist zu. Oh, die ist nicht zu. Schön. Mhm. Sind das zwei linke Schuhe? Ja. Äh, zwei rechte Schuhe. Ja, passt ja. Ähm. Hab ich die Style hier. Ist zu. Schönes Auto. Die Augen sind alle durchgekratzt. Oder durchgestrichen. Je nachdem. Da ist Blut. Sehe ich von hier. Hier ist die Tür ohne Griff. Eine Espresso oder Kaffeemaschine. Ist zu. Haben wir nur zwei rechte Füße? Kann das sei, hier sind auch zwei rechte Schuhe. Hä? Kann ich nichts machen. Okay. Oh, warte mal. Hier ist die Tür aufgegangen. Die war eben noch... Okay, da morst wer. Ich will da nicht hin. Oh oh. Ich seh nichts. Das ist nicht gut. Ich seh gar nichts. Hä? Hä? Ja gut, ähm, äh, das muss so sein. Ist zu. Sieht ein bisschen anders aus als vorhin. Ist zu. Ich kann nicht rennen. Zumindest noch nicht. Hm, hm, hm. Zwei rechte Schuhe. Gehören dazu. Komischerweise sieht das jetzt hier genauso aus wie vorhin. Nee, nicht ganz. Da ist irgendein Teppich verschoben. Das klingt nicht gut. Was ist das da? Ein Zettel. Denken Sie unbedingt daran, Ihre Medikamente einzunehmen. Jo. Wo haben wir die denn? Hm. Kochbuch. Japanisches Kochbuch. Das ist ja schlimm. Ich baue mal die Tür auf. Vor allem war da jemand drin. Jetzt nicht. Ach, da kann ich bloß gegenstoßen. Wo sind denn meine Medikamente? Ich brauche meine Medikamente. Da liegen sie nicht. Da liegen sie nicht. Nee, die ist. Ich weiß nicht, wo die sind. Vielleicht in einem der Schränke. Das sieht doch nach Medikamenten aus. Also das da, die Flasche. Hm. Geht nicht. Da sind auch keine Medikamente. Oh, das Geräusch. Medikamente. Leute. Wo seid ihr? Oh, leih. Also die abschalten. Ist ja schlimm. Mechanik anrufen? Geht nicht. Teppiche umlegen? Nee. Das hat sich hier verändert zum Folgen. Ich darf meine... Medikamente nicht vergessen. Ach, da sind sie ja. Jetzt habe ich sie gefunden. Was haben wir denn hier? Berzodiazepires. Ja. Jetzt geht es mir schon besser. Siehst du, klingelächtes Ziel. Wo sind... Äh. Wir senden Hilfe. Bitte bleib auf der Linie. Hä? Ich habe doch gar nichts gemacht. Die Lampe... Achso, die Lampe sagt, in welchem Raum das ist. Ach, deswegen hat sich das nicht bewegt. Sah das vorhin nicht besser aus? Jetzt liegt kein Müll mehr unten auf dem Weg. Jetzt liegt er hier. Und die Tür ist schon offen. Siehst du, brauche ich gar nicht mehr aufmachen. Oh, eine Taschenfunze. Na, JP. Eine Taschenfunzel. Nur für dich und für mich. Eine Taschenfunzel. Und viel Blut. Oder nicht? Das Bad ist offen. Das ist der Föhn. Wer ist dahinter? Da ist keiner hinter. Das ist gut. Das ist der Föhn. Mh. Als ob niemand auf dem Klo war. Zum Saubermachen. Das quietscht immer noch. Ich glaube, da wurde gerade jemand verhauen. Ich könnte schwören, da stand gerade was. Okay, hier ist Bier im Spiel. C. Alter. Öffne die Tür. Jetzt ist es weg. Die beiden rechten Schuhe? Jawohl. Fällt bestimmt nicht auf. Oh, Secret. Wahrscheinlich muss ich noch einen Spruch finden. Die Dunkel kann das Spiel sein. Ja. Vielleicht ist hier irgendwo noch ein Spruch versteckt. Vorne ist doch schön hell. Weine nicht. Chamber of Secrets. Complete Secret. Das beginnt. ... ... ... ist nichts das kann wirklich sein dass es wieder um ja aussieht ja aber hier ist nichts ich glaube es ist ein bisschen anders geworden hier ich bin mir bloß noch einmal jetzt sind schon drei flaschen alkohol ich glaube da ist alkohol im spiel welcher blümmelbuss dangerous ihr geht alles kaputt amt dina meinste endlich mal eine gesunde lichtfarbe hier sind die tabletten und es sind dieselben jetzt geht es vielleicht viel besser ist es nicht mehr ganz so schmuddelig normales licht verhalten da siehst du ist doch wieder alles normal hier jetzt nehme ich wieder regelmäßig meine tabletten scheiben das ist gutes spiel aber schon damals gespielt hier gemeinsam geknobelt kann ich dir nur entfernen spielst du guckst nicht bei mir das meine ich wirklich spielst ich habe einen schatten gesehen der lief dahinten lang endlich hat der krach auf aber wie waren der vor oben festgemacht ey der lief mit batterie hier ich habe ein bisschen angst aber ich brauche nicht ins dunkle gehen das ist gut da ist das richtig coole puzzle krimi mit einem drum und dran ähm wird dir gefallen doch doch wird dir gefallen hab ich schon mal erwähnt dass das spiel ganz schön dunkel ist und dass ich das jetzt ändern werde und das wahrscheinlich nichts ändern wird außer dass es heller wird storkorb und erinn ich fürchte wir werden ich bin alt und so nein also äh als empfehlung ja das gibst du mir auf dem kanal ist jetzt drei oder vier jahre alt ähm aber spielst selber und vielleicht guckst du einfach dann rein um dir eine hilfe zu holen oder so war und ist ein sehr schönes spiel ich hab Angst du kannst dich kannst dich erinnern von mir die gute frau die guckt mich an es ist ein walking sim mit einer kleinen note wenn ich mich umdrehe und rückwärts laufe passiert dann was schlimmes jetzt ist das licht aus jetzt ist es wieder an ok der ist ja schon wieder da der ist doch gerade runter gefallen ach nö jetzt sind bloß noch zwei bier und die tür ist sofort auf oh ist der süß das ist ein teddybär ok hier haben wir einen linken und rechten Schuh hier sind sie auch ey jetzt ist wieder alles normal sind die Schuhe vorne auch wieder normal warte mal ne das sind immer noch zwei rechte Schuhe und da unten stehen auch zwei rechte Schuhe und da steht auch das ist es da haben Flo ach guck mal da guckt Fernsehen ist ja süß kleiner Ten das war nicht nett ich glaube ich brauche meine Tabletten wieder ah ich kann wieder rausgehen kann das sein dass der der Gang aber schmaler wird hier der war doch schon mal breiter oder warum baut man nicht Schalter in dem Spiel ein ok die Schuhe haben sie nicht verändert wir haben noch Säcke hier das sieht aber sehr 30. Januar Freitag ne ne hier ist kein Finn Anomalie Spiel äh zumindest nicht offiziell jetzt ist es finde die Schnipsel Spiel ok wir nehmen jedenfalls unsere Tabletten oder auch Dinge darüber hinaus haben wir alles ich habe drei Schnipsel Alter oh jetzt haben wir es doch mit dem Kreuz zu tun abend Alter 28. Januar mein neuer Teddybär heute war der beste Tag überhaupt Papa hat mir einen Teddybär gegeben er ist so soft und knuddelig ich habe ihn gedrückt den ganzen Tag und habe ihn sogar ins Bett mitgenommen danke dir Daddy und ich liebe dich durchgestrichen oh da ist irgendwas ganz böse gewesen ich bin sehr sauer geworden und habe meinen Teddybär geschlagen ähm es hat mich daran erinnert wie wenn der Vater mich immer schlägt ich fühle mich so schlecht oh Gott jetzt ist die zu ich sollte nicht ich sollte nicht Grace Grace ich bin sorry Grace Grace died wegen mir Jonathan bitte still oh you checked your son's diary das ist ach du scheiße oha das ist von unserem Vater äh von unserem Sohn das Tagebuch warum ist ja alles blutig warum ist ja alles blutig warum ist ja alles blutig wir verwahrlosen doch hier oder köpte mal den ganzen Müll an ach 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 Tja, okay, der Fernseher spricht mit mir, ich mag ja Automatiktüren, hi Teddy, da willst du mich hauen? Nicht, dass ich unseren Sohn verhauen habe. Ein bisschen Werkzeug. Dann ist dieser komische Ventilator, der da quietscht. Wir können nie abschalten. Oh, wir können wieder gehen. Alter, ich habe gerade gehustet, ich habe gerade stumm geschaltet. Wie ist... Wie... Ich habe es nicht mehr verletzt, aber ich habe es nicht mehr verletzt. Erschreckt. Ich habe stumm geschaltet, habe gehustet und dachte, ach, können wir rausgehen und dann auf ein... Mann! Warum ist das alles so michig hier? Oh, das sind alles Tabletten. Sind das die richtigen? Ich weiß es nicht. Ich nehme einfach ein paar. Ah, jetzt kann ich wieder klar sehen. Ja, ganz normales Flurenverhalten. Man hat es natürlich nicht hingekriegt, dass die Tür oben ist, damit alles dann auch kopfrumm ist. So, jetzt können wir uns die Schuhe noch mal richtig angucken. Und das sind eindeutig jetzt sind es zwei Linksfüßerschuhe. Na toll. Also Flix gekippt. Ja, was Aparthex alles so kann, ne? Oh, kann ich die jetzt hier endlich abschalten? Ja, ja, das... Das höre ich hier. Wie ist denn das? Woher hat er meine Nummer? Spiderschwein. Spiderschwein. Wer kann das, was ein Spiderschwein kann? Oh, das Bad ist offen. Das Bad ist richtig rum, gerade. Toll. Hä? Kleiner Teddybär Komm in meine Arme Ich geb dich nicht her Auch wenn ich von da bin Ich komm nicht an dir vorbei Das ist allerlei So Ach, endlich wieder normal alles Oder so Wie kann ich denn wegrennen von ihr Nein, ich hasse sowas Ach komm ey Wieso macht das Spiel sowas jetzt Zerbricht den runden Standspiegel Wo ist denn der Oh, bitte nicht wieder von... Ich seh nichts Der ist außerdem Ey guck mal, der hat Portale geschaffen Der ist kurz vor Portal Guck dir das an Geil Ja GLaDOS Sie ist Apropos Ganz kurzer Einwand Ohne Spoiler Ich kann jedem nur Der Star Wars Fan ist Und Open World Mag wirklich Star Wars Outlaws Ans Herz legen zu spielen Es ist wirklich Es ist wirklich Es ist wirklich erfrischend anders Mal nicht irgendwelche Magier zu spielen Sondern einfach mal Jemand der keine solche Fähigkeiten hat Ja Ja Eigentlich sollte jemand aufräumen Hier Ich weiß gar nicht was wir hier gemacht haben Das sieht aus Ich habe rasierend abgerutscht Ach, nicht der Schuh da Genau Genau so ist es Es gibt zwar Sachen Sammel, sammel und so weiter Aber Wie gesagt Das ist kein klassisches Ubisoft Open World Sondern es ist wirklich gut gemacht Und Es gibt zwar ein paar Sachen Die halt Fetch Fest und so weiter Wie normal Was erfrischend ist Aber für mich wirklich kompliziert Aber eben dadurch herausfordernd Sind halt die Schleichpassagen Wobei die manchmal dann auch Nicht so einen Impact haben sollten Wirklich gut gemacht Die Fraktionen da drin Alles Alles super Alles super Bis jetzt Mir gefällt es sehr gut So Unsere Frau hat Pizza bestellt Aber bei der Polizei Das sieht nicht gut aus Ich drücke mal den Knopf hier Ach geht gar Ich nehme meine Pillen Sind es wie dieselben? Ja Sind noch dieselben Das ist schlimm Heutzutage Die Corona-Word Die Juventil was Das war ein Mann aus ihr 40er Und ein 9-jähriger Liges Die Wörterin Wiß und Vater Die Wörterin Die Wörterin Er war Die Wörterin Die Wörterin Und Die Wörterin Das war ein Drohungstrip. Tom Lukas. Also bis auf die Renneinlage war es sehr nett. Also dafür, dass es hier scheinbar eine einzelne Person wieder gemacht haben kann, darf, soll, ist wirklich gut. Ich bin erstaunt, wozu diese ganzen Engines und so weiter schon fähig sind, dass man das mehr oder weniger alleine durchziehen kann. Wenn man Zeit hat, wenn man nebenbei nichts anderes zu tun hat und sich darin voll und ganz versteifen kann. Ja, es sind kleine Spielchen, die wir hier spielen. Deswegen. Okay, das war dann Country World. Schön war es. Kostet auch, glaube ich, nur ganz wenig. Vielleicht kann man ja damit noch den einen oder anderen unterstützen. In diesem Sinne, ich spiele gleich das nächste Spiel und hier ist Country World. Kann es nicht rückgängig machen. Zu Ende. Bis dahin. Euer Feuerwuchs.